naja Schlappen und Badehose, naja gut es gibt bessere Haus, aber ist auch egal. Ich befinde mich gerade in Spanien und ich muss ganz ehrlich sagen ich genieße es gerade so ein bisschen vom Kopf her nicht im Job zu sein vom Kopf her allgemeiner Lüste abzuschalten hier. Gucken wir mal an wo wir gerade sind. Im wahrsten Sinne des Wortes ist ein Vulkan. Das war mal alles ein Vulkan hier. Das sind Vulkansteine. Mit dem Meer, mit dem saubersten Wasser was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ich weiß schon, jeder gefühlt jedes Jahr im Urlaub und kennt so sauberes Wasser schon. Also wenn ich in Deutschland da mal ein bisschen hinschaue, da steht das Wasser ein bisschen schmutzig. Naja ist auch egal, es ist ja schon ein bisschen willkommen bei dem ganzen Wasser hier. Naja ich wollte nur auf dem Laufenden mal ein bisschen halten und mal ein bisschen abchecken, weil euch sowas geht. Und ja wir melden uns wahrscheinlich wieder zurück. Glaube ich, ich bin am 6. August wieder da. Ich denke mal am Sonntag wird auch ein Video kommen. Ich warte immer noch auf meinem PC mitkommen. Naja egal. Hauptsache der PC wird gut und nimmt wirklich alle Zeit der Welt. Ich bin da halt perfekt, ob der da irgendwie jetzt anschneidet oder anruft oder sowas. Sehr junges gut beim PC. Naja ich bin eben im Urlaub, deswegen genieße ich es auch noch auf dem Grund. Ich war noch ein schönen Tag. Da.